An diesem Samstagmittag kam es zu einem großen Flächenbrand beim Lauterbacher Ortsteil Mahr. Rund sechs Hektar Acker standen dabei in Flammen. Die Feuerwehren Lauterbach waren mit dem Löschzug Ost und Mitte vor Ort, um das brennende Feld abzulöschen. Das gestaltete sich allerdings zunächst aufgrund des herabhängenden Kabels nicht ganz so einfach, denn das musste zunächst geerdet werden. In der Zwischenzeit loderten immer wieder kleinere Brände auf dem Feld auf, die die Einsatzkräfte zunächst allerdings nicht mit Wasser ablöschen konnten, sondern ausschlagen mussten. Wie genau es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Ursächlich für das Feuer könnte allerdings ein abgeknickter Strommast einer Überlandstromversorgung sein, dessen Stromkabel auf den Acker gefallen ist. Während die Feuerwehren die immer wieder auflodernden Flammen ablöschen mussten, blieb auch die B254 voll gesperrt. Die Gefahr bestand, dass auch weitere Strommasten abknicken könnten.